also gefällt mir trotzdem deutlich besser als dieses ganze riesen grusel wusel im haus der bakers wobei das im haus natürlich auch eine andere erfahrung war was denn hier okay dann komme ich hoch jetzt muss ich runter guck doch noch gott okay ist hier irgendwas los warum warum funktionierten ja noch ich will das doch gar nicht sehen ja nein ich kann mal raus gucken aber aber wie also offensichtlich soll das hier der amazonas sein aber da ist auch nicht mal breit genug für diesen riesen kahn oder hat evelin den irgendwie her teleportiert du hast auch nicht ganz geschafft was haben wir hier nüscht überall nüscht ach hier ist ja auch der fahrstuhl ne könnte ich ihn auch aufmachen naja streng die man sehr schön mir gute arbeit so bin ich jetzt hier okay von dort bin ich gekommen da kann ich konnte ich auch noch lange gehen dann gehe ich erst hier lang was suche ich denn eigentlich tolles sofa da ist die gang und eine bombe da muss ich ran karte des schiffs ja bitte dann gucken wir mal kurz kapitänskabine drücke steuerraumsicherheit sicherheit heißt speichern und unten pausenraumspeise ah ja gut das habe ich ja alles schon mal quasi kennt oh okay der kreuzschlüssel haben wir denn hier noch was zu erleben sieht nicht danach aus ist das schlau hier runter zu springen aber ich muss ja eigentlich dahin ich muss ja eigentlich also ich muss eigentlich was ich vorhabe ist diesen kreuzschlüssel da unten zu benutzen ja komm okay hat sie weg gesteckt das sehr schön dann machen wir das mal auf und die nächste leiter ja moin okay ich habe ich habe auch überhaupt kein etzmittel oder sonstigen stuff das heißt oh hier hat sich gerade was louis das kabel ist komplett durchgeschmort wir hatten zwar ein ersatzkabel wir hatten zwar ein ersatzkabel aber damit mussten wir schon etwas auf der krankenstation 3f reparieren du musst dr wadl danach fragen die brauchen mich unten im maschinenraum nummer zwei aber ich kann nicht runter gehen bevor wir das teil nicht wieder in gang bekommen in liebe duane okay es fehlt also ne fuse da ist die frage kann ich die alte ausbauen und was das hier netzkabel hochklettern herabsteigen okay ja was hat er gesagt 3f 3f ist aber oben dann ist das was ich brauche bestimmt da da und da komme ich noch nicht hin weil ich das etzmittel nicht habe ah und hier ist der rundlauf ich bin gerade auf der auf der höhe des rundlaufes aber was soll ich jetzt da da ach so die fuse wieder mitnehmen ne bestimmt da muss ich jetzt eigentlich nur turn left die fuse snacken ne wo bin ich denn jetzt hier erstmal den safe room in den safe room halb gespeichert ist fast gewonnen plan schmieden jetzt muss ich links abbiegen mir die fuse klauen die frage ist was mache ich was mache ich wenn dann die türe zu geht kann ich kann ich wieder scheiße das hätte ich rausfinden sollen kann ich wieder zurück zu dem fahrstuhl da oben reinklettern geht das weil sonst komme ich ja nicht zurück ok also rauslaufen fuse schnappen hier rein speichern und dann zum fahrstuhl ab dafür mal spread auf habe ich jetzt die fuse mitgenommen ja ok das war das war definitiv der richtige move kommt er hier immer jetzt kommt er nicht kann ich da ja ich kann da wieder hoch ok sehr gut ok so das heißt jetzt habe ich erst mal nichts mehr zu tun oder dann kann ich ja jetzt genau jetzt bin ich auf der höhe wo ich habe auch eine bombe eine bombe ist natürlich ist natürlich schwierig das ist ein bisschen zu wenig aber ich kann wenigstens blocken hat mich nicht gesehen das ist sehr gut hier ist ein safe room den zettel heiter schon ja den habe ich schon gelesen ja damit muss ich jetzt wieder nach oben oder moment frei ich kann damit jetzt hier nicht ich bin nicht auf der richtigen etage wo bin ich denn da eins runter kann ich in den freizeitraum nicht durchätzen oder da oben beim steuerraum ich gehe jetzt aber mal davon aus das sollte ich mich in dem freizeitraum was ich vorhabe durchätzen dann kriege ich da bestimmt eine menge loot aber da muss ich aber noch mal an den ganzen jungs vorbei weil ich komme hier aus dem fahrstuhl muss dass ich werde das ding ist es gibt ich glaube ich muss jetzt hoch ich denke ich muss hinterm steuerraum dann weiter lang weil hier ist ja auch sonst nichts großes self station da machen wir heute keine halben sachen wie wie es oben hier ist sonst auch nichts nehme ich an nein 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 gut alle fronten geklärt dann renne ich jetzt einfach wieder zurück an dem an dem herrn dort vorbei jetzt ist noch nicht mehr da okay dann nehme ich die kiste natürlich mit ja give me more give me give me more so jetzt geht es hier c hocken und w für klettern so jetzt bin ich erstmal kurz nachdenken jetzt bin ich hier oben jetzt bin ich auf der richtigen ebene muss jetzt hier lang und kann mich hier durchätzen sie sind ein schwein so auf den zu hier war ich schon hier ist mir hier ist mir der typ entgegen gelaufen okay das ist keine tür hier ist mir der typ entgegen gelaufen ja es ist wirklich ich sag's euch es ist so schön hier mal eine aussicht hier mal eine aussicht sehen zu dürfen jetzt mal egal ob das jetzt dunkles oder nicht kann man von hier aus das haus sehen das wäre natürlich cool das haus würde ich gerne auch noch mal von weiter weg sehen wie groß das jetzt eigentlich war gefühlt hatte jack nämlich nur ein riesenkeller boah ist das dunkel ach come on mhm ist das dunkel ach come on mhm ist das dunkel mhm ist das dunkel oh wei ist das dunkel ist das dunkel her damit her damit schön nicht schön oh was denn da hä hä was jetzt was jetzt was jetzt was jetzt was jetzt der lebt er lebt noch der lebt noch ich bin stark was genau ist die mission kann ich den nicht besiegen ist ja unsterblich hör auf jetzt habe ich gleich nichts mehr jetzt bin ich gleich out of order letzter schuss der sollte sitzen hat er jetzt gereicht hat die letzte kugel gereicht alter spiel du machst mich fertig gut er hat wieder nichts mehr klasse und bin auch noch hart gehindert jetzt kombinieren erstmal hier fertig machen den bügel ich mir aber noch nicht drüber den brauche ich vielleicht noch später das brauche ich doch hier bestimmt das kann ich skippen ja das ist ja cool kann ich sagen danke gut dann muss ich jetzt noch zurück zum fahrstuhl ein erzmittel schacht hier komme ich zurück aha 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 okay dann ist jetzt erstmal alles safe ich denke den kleinen boss hier habe ich dann nach hause geschickt hier war eine strinne wofür habe ich ihn jetzt ich mache mir ich habe einen heal das heißt ich mache jetzt einmal bessere ammo die kennen wir noch von iten die hat natürlich deutlich besser funktioniert so damit muss ich jetzt nur treffen das ist das wichtiger ja na aber gern ach come on gut also diese bomben sind hoch effektiv nur nicht beim fetten bei dem sind sie es nicht wenn ich jetzt zurückgehe erwartet mich was so viel muss mir klar sein ah diese aussicht wow ha ok ha es leucht kann ich das hier auch aufwärtsen das kann ich hier nicht verwenden das kann ich hier nicht verwenden das ist aber schlecht ähm dann gehen wir hier rein gehen hier rein knallen das ding hier ran und der funktioniert wieder geil will ich hier hin äh was ist denn jetzt die quest warte mal äh wir mussten damit bla 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 wir brauchen dich mich unten im maschinenraum nummer zwei aber ich kann nicht runter gehen ja also ganz runter oder gehe ich jetzt mal ah ich sollte aber vorher entschuldigung ja hier ist hier ist wirklich toll ja ich sollte aber noch mal mit dem entschuldigung mit dem etzmittel arbeiten oder wo geht es denn hier lang etzmittel finde ich auf 1f let's go let's go in